So, hier haben wir Mölln, Waldspotplatz. Ja, da ist der Waldspotplatz hier hinten. Ne, hier, da hinten erst. 12.01.2014. Mal wieder reinguschern. Oh, das Auto ist hier. Ja, das ist hier Gewerbe. Autos sind ganz wichtig von den Leuten. Da ist der Sportplatz, da oben links. Ja, ja. Man schlug mich der Ding ja schon. Wie hier? Ja, ja, da unten wo rein. Aber können wir nicht durchfahren, das ist eine Sankasse. Wollen wir denn noch durch die Innenstadt wieder oder nur außen rum? Nur außen rum, ne? Vielleicht nur außen rum oder wo? Ja, ja. Oh, ja. Tourismus. Na, da ist ja die Altstadt. Da ist ein Hotel, ein Restaurant. Dann lassen wir geradeaus. Wir wollen alle durch die Stadt quälen, das gucken wir nicht. Dann fahren wir hier links. Oh, das sieht ja hier aus wie ein Bratislava. Na, da passt er nicht rein mit seinem großen Auto. Na, siehst du, das wird nämlich nichts. Ne, ne, das wird nichts. Das kannst du schon sehen. Na, hier gehen alle für spazieren. Bei uns ist der Wohlstand ausgebrochen. Wir fahren ein Auto. Geradeaus können wir noch fahren. Sterling, ne? Ja, ja. Genau. Was ist da oben? Nein, das ist der Seniorenwohnung. Seniorenwohnung, ganz oben. Du musst dann bezahlen, ne? Ja. Ja. Du musst einkaufen. Auch mehr. Ja. Augustino. Ja. 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 Und da sind so ein Bosco Haus. Ja. Und da sind die Schilder da. Ja. Ja. Wieso? Und welche sollen die sollten weglegen? Die haben gesagt, na, das muss bleiben. Das sind aber auch mit durchgegriffen. Warum? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, im Aquirulanten nichts mehr. Gut, und tschüss.